Wenn ich einmal mich entschließe, dazu zu heiraten in meinem Leben, dann ist das schon meine zweite Liebe, große Liebe und das ist eben 96. Die Liebe zu 96 hatte ich schon vorher, aber das Stadion war vorher nicht möglich, das ist dann durchgegeben. Ganz klar, also niemals allein wird es jetzt eh sein, bis zum Ende, ein Leben lang und ich werde jetzt hier nicht anfangen zu singen. Das machen wir nachher. Aber es ist halt so, ich habe es heute versprochen, für mich ist 96 sowieso, ein Leben lang, immer in meinem Herzen und jetzt haben wir zwei Herzen, die jetzt lebenslang für 96 schlagen können und gemeinsam. Musik 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 Musik